Hallo und herzlich willkommen. Wir haben mal wieder die Graf Spee ausgepackt und wollen mal schauen, wie wir hier andere Schlachtschiffe oder Kreuzer ärgern können. Gut, ich fahre jetzt rüber nach A, klar. Hallo, A. Was hast du vor? Ich habe dich nicht verstanden. Fahren wir nicht nach A? Du schon, ich nicht. Na da nun. So. Süßruppe. Ja, das war der Brunftschrei eines jugendlichen Hirschers. Eine Kleverland. Und einer Oktober. Aber alles noch außerhalb der Reichweite. Da kommt eine Graf Spee. Und hier kommt, was kommt da? Eine Gesundheit. Ein Hatsuharu. Treffer auf dem Zerstörer. 840 Punkte. Ich frage mich, warum meine platzen. Die 840 habe ich auf die Nürnberg gemacht. Äh, ist dann noch besser. Äh, ist dann noch besser. Ja, ich muss abdrehen. Da ziehen zwei auf mich. Mal gucken, ob ich das Spiel ein bisschen mehr verpassen kann. Nö, links und rechts daneben. Die streut ja wie ein großer. Ja, auch links und rechts vorbei. Was mit unserem King George? Hat er keine Lust? Ich guck mal, ob die Königsberg hier durchkommen will. Ich guck mal, ob die Königsberg hier durchkommen will. Tatsächlich, die Königsberg biegt ab. Die will hier rein. Ein roter Oktober. Doch nicht. Jetzt dreht sie wieder ab. Oh. Auf die roter Oktober. Drei Abpraller, ein Abbrecher. Und der hat die Emil Bereteil rausgenommen? Ja. Und die Leander ist auch weg. Ich geh jetzt die Nürnberg ärgern. Ja, die Miyoko hat ja auch noch nichts. Was macht der? Ja. Schon wieder ein Abprall und ein Abbrecher. Ja. Das war's für heute. Roter Oktober ballert mir frontal 8,6 rein und ich mache hier auf die Seite nur Abpraller. Mal gucken, ob er aus meinen Torps rauskommt. Nein, super und ich brützel, ich fahr mal Cap'n bei den Gegnern, ja mach das, oh na Hatsu Haru vor mir und ich brennen am ersten Oh, der darf sich jetzt nen Keks schütteln. Gegnern ist für Kreuzer zerstört. Also ich brenne an drei Stellen. Und ich platze jetzt. Natürlich hängt das Bild grad beim Schießen. Dafür erwische ich den Penner aber noch mit meinem Torps. Los, stirb! Penner! Ah, 56.000. 2047. Und wir werden die Runde wieder gnadenlos verlieren. King George, AFK, ja, der ist jetzt auch, ne, der haut das jetzt auch raus. Die Türme von der King George sind aber gedreht. Ah, nur der hinteren, die vorderen nicht. Ja, wenn der nur nach vorne guckt, dann ist der AFK. Ja. Und du fährst da fröhlich alleine Ketten. Ja. Wenn ich Glück habe, starbe ich jetzt nochmal da. Unser Mexiko. Unser Mexiko schießt auf 2,1 Kilometer an der Colorado vorbei. Jetzt ist so geplatzt, die New York. Ach, du hast ja auch einen penetriert. Ja, aber das war nur abgestaubt. Zählt. Ah, Mist. Und der Trend setzt sich weiter fort. Von meinen Mumpeln gehen heute den ganzen Tag. Ja. Ach, zwei Drittel davon sind absolut nutzlos. Die Miyoko ist auch nutzlos, oder? Ja. Steht mit dem Hintern zum Zerstörer. Oh, der ist gegen die Insel gefahren. Da ist so ein gemeiner Inselfisch aufgeploppt. Ja. 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 Die Miyoko schießt auf 10,9 Kilometer auf die Cleveland Torps. Oh. Der ist echt noch reingefahren. Hätte ich jetzt nicht mitgedacht, äh, gerechnet. Mitgedacht. Du sag mal, wenn so ein japanisches Schiff 10 Kilometer Torps hat und der Gegner ist 10,9 Kilometer weit, sind die dann? Wenn er auf dich zufährt? Nein, er fährt weg. Da hinten ist noch eine volle Kongo. Diesmal ist es eine Kongo. Die ist nicht mehr voll. Jetzt nicht mehr. Und dahinter kommt eine Mexiko. Dann dreh ich besser mal ein. Äh, die Kongo hat keine Tarnung drauf. Keine Fahnen. Die hat nichts drauf. Ach gut, ich bin grad, äh, schade, ich war grad unsichtbar. Ja, und wenn du Glück hast, hat er vielleicht auch nichts drauf. Ja, ja, Bochtspül. Bochtspül beabsichtlich. Genau. Der hat nix drauf. Aber getroffen hat er wirklich. Ja, aber nix drauf hat er. Dann hau ab und wir gewinnen. Die Mexiko hat Tarnen drauf. Und keine Tarnung. Ja, weißt du, was lustig ist? Wenn du, ähm, auf freie Sicht gehst und ganz nach oben auf die Karte fährst, siehst du, wo überall die toten Schiffe liegen. Mhm. Aber wenn du ranzoomst, ne, sind sie wieder weg. Nochmal heilen. Heil, heile Segen. Drei Tage Regen. Was? Drei Tage Regen? Drei Tage Sonnenschein und dann wird's wieder besser sein. Ja, ich bin unsichtbar. Ja, und unsere Miyoko, der Trottel, fährt auf die Kongo zu. Soll er ruhig machen. Ja, aber wenn die den wegpusten, dann gewinnen wir nicht mehr. Ach, wie wir das hier gewinnen. Sag mal, da unten ist ne Cleveland, die fährt auf unsere King George zu. Ich weiß. Ist ja diesen riesigen Umweg gefahren, nur um ne Tarnung zu killen. Wahrscheinlich. Ach, der hat weggedreht. Himbeer Tony 2 schießt jetzt auf die King George. Los, los, noch sieben Punkte. Äh, ich meine noch drei, äh, ich meine null. 30.000. 6. Ich bin noch über dir. Ah, wieso? Weil ich gecappt hab. Ich hab 6,56. 1. Spielzahlt schlecht. Mal gucken, erst meld ich den King George, kann ich leider nicht mehr. Ah, dann lobe ich dich und dann melde ich dich. Jetzt hab ich Spiel schlecht gemacht. Ich wollte doch AFK machen. Naja. Dann endlich mal wieder ein Sieg. Auch wenn bescheidener, aber mal ein Sieg. Naja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.